Musik Klips ist ein Verein, der über 250 Lern pro Jahr auf mehr als 10 verschiedene Prüfe ausbildet. Eine Lehre bei der LIPS bedeutet einen flüssigen Übergang von der Sekundarschule in den Berufsalltag. Wer ist am Anfang mit Gleichaltriger unterwegs und hat die Möglichkeit, erste berufsübergreifende Projekte zu realisieren. Für mich ist der grosse Pluspunkt der LIPS die Verbindung zwischen der Theorie und der Praxis. Während der Grundausbildung wird das Wissen, das wir mit der Burschule gelernt haben, gezielt im Betrieb ausprobiert und durch das wird alles viel einfacher verständlich. Während der Grundausbildung liegt der Fokus auf dem Begriff der Materie. Nach zwei Jahren wird das gelernte Wissen in der Schwerpunktausbildung produktiv in einer Partnerfirma angewendet. Dank unserer Partnerfirmen ist es möglich, dass wir Lernenden in einem Weltkonzern mithelfen und bereits so frisch mit internationalen Arbeitskollegen zusammenarbeiten können. Komm schnuppern und überzüge dich selber. Kommsch! 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 Untertitelung des ZDF, 2020